Ja, herzlich willkommen. Heute reden wir über etwas ganz Besonderes, wie ihr sehen könnt. Hier ein Ausblick oder ein Einblick auf das Event in Bukarest. Hast du schon mal von Mavi gehört? Hast du schon mal von der Ultron Blockchain gehört? So ging es mir auch. Auf der ganzen Welt scheint es überall zu boomen. Die Leute strömen gerade nur so zu Mavi und deren Partner wie die Ultron Blockchain. Die Ultron Blockchain ist schon zwei Jahre am Markt. Mavi ist schon bedeutend älter. Und was das Ganze auf sich hat, sei gespannt. Ich habe heute einen Call gehabt mit Christi Kritik aus Rumänien für Mavi Global. Das ist das Schlagwort schlechthin. Schau es dir an. Lass dich überraschen. Christi geht gemeinsam mit mir in die Diskussion und erklärt uns alles rund um Mavi. Was es auf sich hat. Warum sind die Leute auf der ganzen Welt so begeistert und strömen halt einfach zu diesem Unternehmen. Eins noch vorneweg. Vor zwei Jahren gab es ein Treffen in Rumänien. Da habe ich auch den, oder sogar vor drei Jahren, den Christi Kritik kennengelernt. Christi hat sich eine andere Blockchain angeguckt, für die ich mich auch entschieden habe und bin der Weg halt mitgegangen. Denn Christi hat sich dann aber für Ultron Blockchain entschieden und Mavi und mich hat es halt einfach interessiert, was ist da passiert in diesen zwei Jahren. Und Christi hat hier was geschaffen aus dem Nichts, was meines Erachtens spektakulär ist. Also, Mavi Global und Ultron Blockchain, Flip Me, Lotto Day, all das, was das bedeutet. Okay ihr Lieben, also herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Endlich ist es soweit. Lieber Christi, schön, dass du dir die Zeit für heute nimmst. Und der liebe Moody, alle Leute, ihr wisst, dass mein Englisch nicht perfekt ist, deswegen haben wir den lieben Moody dabei. Moody wird uns heute die Übersetzung von Deutsch-Englisch machen. Und ich bin endlich froh, dass es so weit gekommen ist und wir uns hier zusammentreffen können und endlich über das Thema Ultron Blockchain und Mavi sprechen, wie das zusammenpasst. Und vor allem, wir erleben ja das Motto, es gibt nur eine Blockchain-Community und wir zeigen halt den Menschen da draußen, was es gibt, dass sie über den Tellerrand gucken. Und vor allem was Spannendes, was wirklich Spannendes Ultron da gebaut hat und in Verbindung mit dem Network hintendran, mit der Power von Mavi. Okay, nice to meet you all of you. Hi, nice to meet you. Good evening. My name is Christi Kittig from Romania and tonight I'm going to talk about Mavi, the faster growing Web3 Community in the world. Guten Abend, liebe Leute. Mein Name ist Christi Kittig. Ich bin von Mavi, der am schnellsten, wachsendsten Community weltweit. Natürlich wird das keine Finanzberatung sein. Das bedeutet, jeder von euch sollte noch seine eigenen Researches machen, sollte natürlich seine Due Diligence machen. Aber hier bekommt ihr alle Informationen. Here is the very important point to understand the evolution of money. In the history we had gold, then we get to cash, then we get to credit card, yet after that we get to online payment solution and now we are getting step by step to cryptocurrency payment system. Hier seht ihr mal die Evolution, wie das überhaupt mit dem Geld angefangen hat. Am Anfang war das Gold, dann wurde es Cash, dann wurde es Online-Transaktionen. Er denkt, dass die normalen herkömmlichen Zahlungsmethoden, wie jetzt Überweisungen, und Online-Transaktionen nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie einfach zu teuer, zu langsam und zu veraltet sind und wir jetzt in Richtung Blockchain gehen. Und warum denkt er, dass Krypto die Zukunft sein wird? Weil, erstens bist du verbunden mit der ganzen Welt, die Transaktionen sind innerhalb von Sekunden getätigt, es kostet fast nichts und du kannst weltweite Transaktionen dezentralisiert machen. We know already that the biggest companies in the world are already in the crypto field, like BlackRock, the biggest hedge fund in the world with 9 trillion dollars assets, which are the most shareholders of all these companies, Amazon, Microsoft, they are in crypto right now. Wir wissen, dass die größten Investmentfirmen und die größten Firmen überhaupt, die mittlerweile die größten Shareholder in all diesen Firmen, die hier auf der Folie aufgelistet sind, selber alle in Richtung Blockchain gehen und sehr, sehr, sehr groß investiert sind im Crypto Space. Und wenn er darüber nachdenkt, dass der größte Hedgefonds der Welt in Krypto und Blockchain investiert, überlegt er sich, wenn die das machen, warum sollte ich es nicht machen? Diese Hedgefonds, diese Hedgefonds, diese Hedgefonds haben über 9 Trillionen Dollar in Assets, sprich in Währungen, Investments. Jetzt investieren sie Milliarden und Milliarden und Milliarden in den Krypto Space. Warum machen sie das? Weil sie ziemlich schlau sind. Und er folgt natürlich den Schlauen, weil die haben schon 9 Trillionen Dollar gemacht, deswegen folgt er denen. Natürlich wird er denen folgen. Okay, jetzt müssen wir verstehen, wo wir uns selbst positionieren. Und warum nur 5% der ganzen Welt sind in Krypto in diesem Moment. Und verstehen, warum die aus der gesamten Welt nur 5% im Krypto gerade sind. 95% sind nicht in Krypto in dem Moment, weil sie nicht verstehen, wie sie kaufen. 95% der Welt sind aktuell nicht im Krypto Space, weil sie nicht verstehen, wie sie kaufen. They don't have people around them to teach them and help them how to do that. Sie haben niemanden in ihrem Umfeld, der ihnen dabei helfen und supporten kann, wie sie es machen. Und sie haben Angst, weil sie das Gefühl haben oder den Gedanken haben, dass es nicht sicher ist. Und aber auch, muss man verstehen, dass seine Großmutter und Großgroßmutter damals gedacht haben, dass Kreditkarten auch nicht sicher sind. In dem Moment, wo sie es gesehen hat, wie sicher und wie einfach es zu benutzen ist, die Kreditkarte, benutzt sie jetzt auch Kreditkarten. Und genau das wird auch mit Krypto passieren. Lass uns sehen, wer Mavi Global überhaupt ist und was sie machen. Mavi Global ist wie Uber, Airbnb, Amazon, aber besser, weil sie die Revenue mit dir sharen. Wir sehen, dass Uber keine Autos besitzt und keine Fahrer, sondern sie bringen die Fahrer und den Kunden zusammen. Und behalten die Gewinne aber für sich. Airbnb macht das Gleiche und Amazon macht auch das Gleiche. Was macht Mavi? Mavi spricht zwischen den Leuten und den Web3-Projekten. Mavi ist der Intermediär zwischen den Leuten, den Menschen und den Web3-Produkten. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem Moment. Weil Mavi selber keine Produkte hat, sie sind nur zwischen. Sie bringen quasi den Kunden und die Creator, die diese Web3-Firmen gründen, bringen sie zusammen. Mit Blockchain, Payment-System, Gaming. Mit Blockchain, Zahlungsanbieter, Gaming im Web3. Und Mavi bringt den 95 Prozent, wie sie diese Projekte nutzen können und diese Produkte kaufen können. Die meisten Firmen versagen genau in diesem Moment, weil sie versuchen, das Produkt selber zu erstellen und die Kunden selber zu bringen. Was aber nicht funktioniert, weil du kannst nicht gut in beidem sein. Der Knackpunkt ist, um ein Produkt in der Blockchain zu kreieren, brauchst du sehr, sehr viel Zeit und Wissen. Und um eine Community aufzubauen, brauchst du auch sehr, sehr viel Zeit und Wissen. Aus genau diesem Grund haben die meisten Firmen oder die größten Firmen, fragen andere Firmen, für die das Marketing zu machen. Denk nur mal an Coca-Cola. Coca-Cola macht sein Marketing nicht selber. Sie haben extra Firmen, die für sie das Marketing übernehmen. Bei Red Bull ist das genau das Gleiche. Sie haben ihre Marketing-Agencies, die für sie das übernehmen. Das ist der Schlüssel des Erfolg. In unserem Fall ist Mavi nur das Marketing. Und genau das ist der Schlüssel für den Erfolg, jemanden zu haben, der für dich das Marketing macht. Und Mavi macht genau das für Ultron. Hier ist Mavi. Wir haben über 350.000 Menschen dabei geholfen im letzten Jahr. Und die haben dabei geholfen, mehr als 75 Millionen US-Dollar in Provisionen. Okay, wir haben in mehr als 120 Ländern implementiert. Mehr als 150 Millionen in Umsatz. Und mehr als 400 Events weltweit haben die schon gestartet. Zoom-Calls, Live-Events und so weiter. Zoom-Calls, Live-Events und Bühne, alles. Hier ist ein sehr gutes Beispiel, um zu verstehen, wie diese Partnerschaft überhaupt funktioniert. Mavi hat einen exklusiven Vertrag mit Ultron-Blockchain gemacht. Die Blockchain ist die Mutter von allem. Das ist die Basis. Da kommen viele Firmen auf. Und auf Ultron kommen verschiedene Firmen drauf. Auf der anderen Seite haben sie eine Partnerschaft gemacht. Mit einem Zahlungsanbieter, der Flip.me heißt. And this Flip.me is a payment system. Flip.me is nur ein Zahlungsanbieter. Also they make a contract with a Lotto Day. It's a Web3 Gaming Platform. Sie haben auch einen Vertrag mit Lotto Day gemacht. Das ist eine Web3 Lotterie quasi. Gaming Platform. Also eine Gaming Platform. Which is online already and working from 29 of December 2023. Was ist sogar schon gelauncht ist und seit Dezember 2022, 2023 schon läuft. Und Ultron wird in der Zukunft auch Kooperationen mit Softwarefirmen, mit Reiseagenturen und Lernplattformen Kooperationen machen können. Let's take a look. Who is Ultron Foundation? Lass uns mal gucken, wer Ultron Foundation überhaupt ist. Here are the people behind the team of Ultron Blockchain. Das sind die Leute hinter Ultron Blockchain und die, die es gemacht haben. More than 40 senior developers. Mehr als 40 senior developer. These developers, they have been previous in very good projects like Polygon, Polkadot, Binance, Solana, Hyperlegend, Phantom. Diese 40 developer haben vorher bei den größten Blockchain-Firmen weltweit gearbeitet, wie Polygon, Solana, Polkadot, Hyperlegend, Binance und Phantom. The native coin called ULX of the Ultron Blockchain, it's already listed on 7 exchanges. Der native coin von der ULX Blockchain ist schon auf über 20 Exchanges gelistet. Also they have their own exchange called UltronSwap. Die haben auch ihren eigenen Exchange, der heißt UltronSwap. Plus they're gonna have another collaboration with a 369 centralized exchange on Ultron Blockchain. Sie werden nochmal einen anderen zentralisierten Exchange haben, der 369 heißt. Ultron Foundation ist die am schnellsten, wachsendste Layer-1-Blockchain der Welt. And actually how we can have benefits being part of this ecosystem. Jetzt ist die Frage, wie man part von diesem Ecosystem wird und Gewinne daraus erzielen kann. I will say get your crypto retirement plan. Er sagt, holt euch eure Krypto-Rente oder euren Krypto-Rentenplan hier ab. You can do three things, two things. Du kannst zwei Sachen machen, du hast zwei Optionen. Hier links siehst du den digitalen Vertrag. Which are calling Staking Hub NFT. Der Staking Hub NFT heißt. These are digital contracts in the smart contract of Ultron Blockchain. Das sind digitale Verträge im smart contract von der Blockchain. And this is the model of distribution of the native coin of the Blockchain. Und das ist das Modell, wie man überhaupt diesen Coin, den nativen Coin von der Blockchain bekommen kann. And here you have two choices, when you buy one. Und hier hast du genau zwei Möglichkeiten, wenn du ein Staking Hub NFT kaufst. Sie beginnen bei 100 bis zu 30.000 USDT, also US-Dollar. And let's say you buy a 30.000 USDT Cosmic Whale NFT. Lass uns mal sagen, du kaufst ein 30.000 USDT NFT. Du hast zwei Möglichkeiten, weil dieser Vertrag sagt, du hast fünf Jahre Staking Plan. Und dieses Staking Hub wird dir 0,1% tägliche Rewards auszahlen. Das sind 3% im Monat. In ULX Coin. In ULX Coin. Which is the native coin of the Blockchain. Was der native Coin von der Blockchain ist. This coin, you can immediately go to those seven exchanges and sell it and have your USDT. Diesen Coin kannst du sofort in verschiedenen sieben Exchanges sofort verkaufen und du hast das Geld. You can have USDT or Bitcoin, Ethereum, anything you want. Du kannst sie eintauschen mit USDT, mit Ethereum, mit Bitcoin, mit was auch immer du willst. But if you want to leave the smart contract to generate more coins for you. Aber wenn du den smart contract geschlossen halten möchtest, damit es den Zinseszinseffekt bezahlt. You have the second options. Hast du die zweite Möglichkeit. To keep everything inside and you get more rewards day by day. Du hast die Möglichkeit, es im Vertrag zu lassen, dass du jeden Tag die Prozente auf den Gewinnen auch noch bekommst. And you receive 0,2% daily rewards in ULX. Und dadurch würdest du sogar 0,2% jeden Tag in ULX bekommen. Which is gonna be in the first year 6% per month. Was im ersten Jahr 6% im Monat bedeutet. If you keep it for 5 years. Wenn du es für 5 Jahre beibehältst. That's why you are calling retirement plan. Deswegen nennt er es auch Rentenplan. You receive 311% more ULX coins from this. Du bekommst 311% mehr ULX coins, als du am Anfang hattest. To understand much easy. Damit du es leichter verstehst. If you have, let's say, the 30.000 Dollar NFT. Falls du das 30.000 Dollar NFT zum Beispiel hast. You need to go and divide these 30.000 Dollar. Du gehst und teilst diese 30.000 Dollar. On the daily price of the ULX coin. Beim Tagespreis vom ULX coin. Wo du es kaufst. This price you can check it on those 7 exchanges. Diesen Preis kannst du in diesen 7 Exchanges immer sehen. If we talk about today price. Wenn wir über den heutigen Preis sprechen. It's 0,076. Es ist 0,07 Cent. And you're going to receive 394.000 ULX coins. Du würdest Stand heute 394.000 ULX coins für die 30.000 USDT bekommen. If you keep it on for 5 years taking planning accumulating. Wenn du diese 394.000 in dem Vertrag drinnen lässt. You receive plus 311%. You're going to receive 1,6 Millionen Coins. Würdest du nach 5 Jahren 1,6 Millionen ULX coins haben. Nach 5 Jahren. Wenn der Preis auf 1 Dollar zum Beispiel ist. 1,6 Millionen USDT. 1,6 Millionen Dollar in USDT. Wenn es 0,50 Cent für ein ULX ist. Ist es 750.000 USDT. Wenn wir uns die anderen Layer 1 Blockchains anschauen würden. Wie Solana und Ethereum anschauen. Binance. Binance zum Beispiel. All of them they make Cardano. They make more than 300 X from the day they start. Alle von diesen Layer 1 Blockchains haben mehr als 300 X vom Tag, vom Beginn quasi gemacht. Mehr als 300 X. Zum Beispiel Cardano start on 1 Cent, reach 3 Dollar. We start on 1 Cent and we are on 7 Cent right now. Zum Beispiel Cardano hat angefangen bei 1 Cent und ist auf 3 Dollar gestiegen. Wir haben auch bei 1 Cent gestartet und sind jetzt gerade bei 7 Cent. Ihr könnt die Kalkulation selber machen. Ihr wisst worauf es hinausläuft. Let's go to the second project that we can have access. Lass uns uns das zweite Projekt anschauen, wozu ihr auch Access habt. This is the Web 3 Gaming Platform called Lotto Day. Das ist die Web 3 Gaming Platform namens Lotto Day. And this is the first ever global lottery in the world. Das ist die erste weltweite Lotterie. Which is gonna be on several Blockchains, Layer 1. Die wird auf verschiedenen Layer 1 Blockchains gelauncht. In this moment is already launched on Binance Smart Chain Blockchain. In diesem Moment ist es schon auf der Binance Smart Blockchain gelauncht worden. It's gonna come also Ethereum, Polygon, Tron, Ultron, Avalanche and others. Jetzt werden auch noch Ethereum, Polygon, Tron und Ultron und andere drauf gelauncht. Also Google Play and Apple Store. Selbst Google Play und Apple Store werden es anbieten. And on this platform you can have two possibilities. In dieser Plattform hast du zwei Möglichkeiten. One, to become co-owner of the global lottery. Du kannst Miteigentümer oder Teilinhaber werden. And one, just to be a player. Und die andere Möglichkeit ist, du bist halt ein Spieler. Or Bot. Oder beides. Beides ist auch möglich. How is working? Wie genau funktioniert das? For each ticket that the Lotto Day platform will sell. Jedes Ticket, was bei der Lotterie verkauft wird. From Lotto for other games. Vom Lotto oder anderen Spielen auf der Plattform. 20% for that ticket will be shared with the people that they gonna become co-owner on the platform. 20% der Gewinne oder des Umsatzes, die erzielt werden, werden geteilt auf alle Teilinhaber von Lotto Day. And for example in the Lotto Day, the jackpot is one million dollar in this moment. Nur als Beispiel, der jackpot von Lotto Day ist eine Million Dollar in diesem Moment. How to become co-owner? Wie bekommt man Teilinhaber? Through these digital contracts, in the smart contract. Hier, hier seht ihr links die digitalen Verträge im smart contract. Okay. From 100 Dollar up to 100.000 Dollar. Es beginnt bei 100 Dollar zu 100.000 Dollar. Okay. For example, 5.000 Dollar will give you 30.000 Dollar. Nur als Beispiel, 5.000 Dollar würde 30.000 Dollar ergeben oder würde 30.000 Dollar in Gewinn rausgeben. For example, the 12.500 would give you 85.000 Dollar. Die 12.500 würden 80.000 Dollar an Gewinnen rausschütten. Und das 100.000 Dollar NFT würde 1.000.000 Dollar ausschütten. Von wo kommt dieses Geld? Von jedem Ticket, das verkauft wird. Diese 20 Prozent, die dann ausgeschüttet werden. Und du bekommst die Gewinne täglich, wenn die Leute spielen. Let's go to the third product. Jetzt schauen wir uns das dritte mal an. And it's called Payment Flip Me. Es heißt Flip Me Payment. It's a global payment solution bringing banking and crypto to everyone. Das ist eine weltweite Zahlungsmöglichkeit zwischen Bank und Krypto für jeden. If you are from Europe, I believe you are very familiar with Revolut. Wenn ihr aus Europa seid, dann kennt ihr bestimmt die Firma Revolut. They have more than 36 million people. They have more than 36 million people. But nobody is co-owner. Aber niemand is Teilenhaber. Here we have the chance to be co-owner on this global payment solution. Hier habt ihr die Möglichkeit Teilenhaber dieser weltweiten Zahlungsmethode zu werden. With this card we're gonna have also crypto, also fiat together. Mit dieser Möglichkeit wird man, mit dieser Karte hat man die Möglichkeit, crypto und fiat Geld in einer zu haben. What you can do with the card? Was kannst du mit der Karte machen? Transfer money, instant payment, swift, fiat currency, cashback. Receive salary, store crypto, exchange, SEPA, wallets. Du kannst mit dieser Bank, mit dieser Karte quasi alles machen. Du kannst Überweisungen tätigen. Du kannst Geld wechseln. Du kannst dein Geld drauf haben. Du kannst SEPA-Lastschrift machen. Du kannst auch nur eine Wallet, sprich also ein Bankaccount, wo du dein Geld drauf hast. Du kannst dein Gehalt drauf bekommen. Eigentlich alles, was eine normale Bank auch anbietet. Und 30% von allem, was die Firma macht, wird dieses Geld, diese Prozente, werden verteilt auf alle Leute, die Teilinhaber sind und diese NFTs gekauft haben. Nur als Beispiel, das 5.000er NFT wird dir 30.000 Dollar auszahlen. Die 30.000 Dollar werden 240.000 Dollar auszahlen. Die 50.000 USDT werden 450.000 USDT auszahlen. Und die 100.000 USDT zahlen bis zu einer Million USDT aus. Von wo kommt dieses Geld? Von den 20% die die Firma für die Revenue macht. Von diesen 20%, die ausgeteilt werden durch die Gewinne der Firma. Es gibt 6 verschiedene Kartentypen. Eine ist kostenlos. Die anderen haben einen Beitrag, also einen Monatsbeitrag. Mit Subskriptions. Genau, einfach mit einem Vertrag. Ihr müsst es halt einfach kaufen. Und die Firma macht Geld. Zum Wechseln Krypto zu normales Geld. Einfach nur um zu verstehen, wie viel Geld eigentlich das macht, denkt es an Visa und Mastercard durch die ganzen Gebühren, die sie nehmen. Die machen Milliarden von Dollars jährlich. Und jetzt in diesem Moment sind mehr als 2 Milliarden Menschen ohne Bank. Die Flip-Me-Karte ist perfekt für diese Leute. Und die Firma wird sehr, sehr viel Gewinne dadurch machen. Und 20% von diesem vielen Geld werden ausgeteilt an die Teilinhaber dieser NFTs. Das Gute an diesen NFTs ist, dass es digitale Verträge sind. Das Gute an diesen NFTs ist, dass wenn du deine maximale Auszahlung erreicht hast, sagen wir mal die 30.000 NFT gibt ja 240.000. Wenn du die erreicht hast, kannst du dasselbe NFT nochmal kaufen und bekommst dann wieder bis zu 240.000 als Gewinner ausgeschüttet. Und genau auf diese Art und Weise kannst du Teilinhaber sein und für immer bleiben, indem du es immer wieder nachkaufst. Das ist Mavi, das Business vom 21. Jahrhundert. Mavi wird weltweit und global gehen und den Leuten beibringen, wie sie überhaupt in dieses Business einsteigen. Sie machen Riesen-Events weltweit. Wir hatten schon in Mexiko, wir hatten in Ungarn, wir hatten in Malaysia, wir werden auch in Barcelona sein, wir werden weltweit sein. Wir machen riesige Events mit tausend von Menschen. Das sind Menschen, die ihre Welt und ihr Leben schon komplett verändert wurden. Durch Mavi? Ich spreche nicht über mich. Er spricht nicht über sich selber, aber auch er. Ich spreche über Simona, ich kenne sie persönlich. Er spricht erstmal über Simona, er kennt sie persönlich. Mavi hat ihr ganzes Leben verändert und verbessert und auch von ihrem Baby. Und sie ist jetzt nur noch am Reisen. Dieser Freund von mir, er macht mehr als sieben Figuren, mehr als 1 Million Dollar in 18 Monaten. Das ist ein Freund von ihm, er hat mehr als eine Million Dollar in 18 Monaten gemacht. Vitali. Vitali heißt er. Brenda Lopez hat auch ihre komplette Zukunft verändert und reist jetzt mit ihren Kindern um die ganze Welt. Und ich möchte euch sagen, sie ist eine kriminelle Investigator auf digitale Asset. Sie selber ist eine kriminelle Investigator, wie kann man das sagen? Sie ist eine Aufsichtsbehörde für kriminelle Aktivitäten im Internet. Ja, für Fraud und auch für diese Art. Genau, also für Betrug und für alles. Sprich, sie kennt sich da sehr gut aus und ist selber hier dabei. Und wenn sie diese, bevor sie es gestartet hat, bevor sie mal wie gestartet hat, was wird wahrscheinlich ein kriminelle Ding machen, ihr Job. Check everything that much better than me and you. Sie hat alles bis ins Detail hin gecheckt und alles bis ins Detail hin überprüft. Besser als ich und du. Check everything about Ultron Blockchain. Sie hat alles über Ultron Blockchain abgecheckt. Die Smart-Kontrakte, die Verträge, die Blockchain, alles, alles, alles. Und nachdem sie das alles gemacht hat, ist sie bei Mavi eingestiegen. Okay. This, we have the support. It's about weekly calls. The company is doing every Monday and Thursday webinars in multiple languages. Zur Unterstützung der Community haben wir zweimal die Woche calls, also die Firmen-Firmen-Calls. We do global events and local events. Wir machen globale und lokale Events. Training and support system. Wir haben Training und Health-Systeme haben wir auch. Mavi Cruise promotion and trips. Es gibt ein Mavi Cruise promotion und Reisen. Wir feiern den Erfolg der Menschen. Und für Menschen, die mehr möchten, als nur passives Einkommen zu haben, durch die Benefits der Produkte. Natürlich ist das optional. Natürlich ist das optional. Das muss man nicht. They can have multiple income sources. Man kann auch mehrere Einkommensquellen mit Mavi generieren. For example, direct income. Zum Beispiel das direkte Einkommen. It's 7%. Is 7%. When somebody is buying a product. Wenn irgendjemand durch deine Empfehlung dieses Produkt kauft, bekommst du 7%. Natürlich musst du darüber sprechen und das empfehlen und die Präsentation machen. Dafür bekommst du 7%. From where are coming this money? Wo kommt dieses Geld? From the marketing. Von der Werbung, die du gemacht hast. Because any company when sell a product. Weil jede Firma, die ein Produkt verkauft. Part of that amount. Ein Stück von diesem Geld. Is going to marketing. Geht zurück in Werbung. Macht das Sinn für euch? Also team income. When you build more volume. Dann habt ihr noch ein Team Einkommen. Wenn du halt mehrere Leute hast. Du wirst dadurch bezahlt. Plus you have success rewards. Noch dazu bekommst du Erfolgsprämien. When you reach different volume sales. Wenn du verschiedene Volumen Umsätze quasi erreichst. And these rewards are up to 13 million dollars. Und diese Prämien gehen bis zu 13 millionen Dollar. How to build a wealth? Wie generiert man Vermögen? You can buy the product or Ultron, Flipme or Gaming. Du kannst das Produkt kaufen. Also Ultron, Staking Hub, das Gaming oder Flipme. I'm sorry for people that will see the video after. Because it's just 6 hours left for Gaming. No more. Er sagt, er entschuldigt sich für die Leute, die das Video gesehen haben. Weil es nur noch 6 Stunden. Because it's finished. The presentation. For the co-owners. Für Teilinhaber zu werden. In 6 hours from this moment that I'm speaking. In 6 Stunden nach diesem Video, nachdem wir dieses Video gedreht haben, gibt es das nicht mehr. But don't worry, you have Ultron, Flipme, Paymentsystem, many others will come. Aber macht euch keine Sorgen, weil ihr habt Ultron, Staking Hub, NFT, Flipme und viele, viele andere werden noch kommen. Und wenn du eins oder mehrere von diesen Produkten kaufst. Ihr genießt einfach nur die Profite. Und die zweite Option. Und die zweite Option. Du bekommst ein Builder. Um das globale Business quasi mit aufzubauen. Und du wirst dann, es wird dir dann möglich sein, bis zu einer Million für jede Woche zu verdienen. Um zu sehen, wie du das machen kannst, dieses Geld zu verdienen. Bitte sprich diese Person darauf an, die dir das Video geschickt hat. Er wird dir dann Schritt für Schritt erklären, wie genau du das machst. Also hier sind die Telegram-Gruppe. Hier ist auch die Telegram-Gruppe. Und wie du dich zu erinnern. Hier ist der QR-Code, wie du reinkommst. Es sind drei Schritte, die du machen musst. Erstelle einmal wie Backoffice. Natürlich musst du die Person fragen, die dir das Video geschickt hat, damit sie dir den Link schickt. Dann kaufst du dein Staking oder Flip-me-NFT. Wenn du aufbauen möchtest. Wenn du ein Team aufbauen möchtest, musst du auch die Backoffice-Subscription abschließen. Invite Menschen ein und verdiene mehr Geld. Und das Einfachste wäre, du ladest Leute zum nächsten Company Call ein. Für alle weiteren Fragen, für detaillierte Fragen, für alles weitere, bitte kontaktiere die Person, die dir das Video geschickt hat. In diesem Fall Steven. Vielen, vielen Dank, Herr Steven. Ich bin hier, um euch bei allen zu helfen, um dir und dein Team zu helfen. Vielen Dank, lieber Christy. Sehr, sehr spannend und danke, Muti, auch fürs Übersetzen. Mega, mega. Es ist ein geiles Video, es hat mich selbst wieder motiviert. Vielen Dank, Christy. Danke für mich, für die Translation. Es hat ihn wieder und mehr motiviert. Er hat die Rekordung geöffnet. Nein, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich habe noch drei Fragen. Er ist noch nicht fertig. Okay. Ich habe noch zwei Fragen und die werden immer nochmal aufkommen. Er hat zwei Fragen, zwei weitere Fragen. Und das sind die zwei principale Fragen. Weil ich noch zwei Minuten habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Unternehmen seit etwa zwei Jahre am Markt. Mavi. Wir reden von Mavi. Ist das zwei Jahre in etwa? Wenn er es gut versteht, ist die Firma Mavi jetzt zwei Jahre alt. Ja. Mavi ist eigentlich in dem Markt schon seitdem, aber sie verkaufen sind. Aber seit zwei Jahren haben sie eine Partnerschaft mit Ultron gemacht. Mavi gibt es schon seit Längerem. Die haben aber ein anderes Produkt damals angeboten. Aber seit zwei Jahren verkauft. Also seit zwei Jahren bieten sie Ultron an. In another name. Then they become my life. Es gab ein Rebranding. Und haben jetzt Mavi und bieten durch Mavi jetzt Ultron an. Das ist sehr gut. Das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich. Und jetzt geht auch meine Frage. Das ist sehr wichtig. Was hat das Unternehmen, meine Bedenken sind, wenn ich fünf Jahre den Hub habe, also meine Investment, fünf Jahre im Staking und nach drei Jahren zum Beispiel kommen die ersten Token auf den Markt, dass es eine Überschwemmung gibt von so vielen Token. Gibt es da eine Antwort drauf, wie eine Idee, was passieren kann? Wie kann das den Markt manipulieren? Was passiert, wenn er seinen Staking Hub NFT für fünf Jahre bekommen hat und nach drei Jahren hat der Markt voll von ULX-Token? Erstens, es kann gar nicht sein, dass nach drei Jahren zum Beispiel der Markt so überfüllt ist, weil jedes NFT erst fünf Jahre braucht, bis die ersten Coins überhaupt rauskommen. Zusätzlich kommen ja in dieser Zeitspanne verschiedene andere Firmen auf der Ultron-Blockchain drauf. Und wenn sie die Ultron-Blockchain benutzen werden, sie müssen sowieso noch zwingend ULX-Coins kaufen. Damit sie die Fees bezahlen. Plus, we have Burning System. Noch dazu haben wir ein Burning System. And every day, this is Burning System working. Und jeden Tag verbrennt ja dieses Burning System auch ULX-Token. Can you see my screen right now? Yes. Okay, ULX-Can. Can you see the Blockchain? Das ist jetzt die Blockchain. Okay. You go here and you can see every transaction almost burn. Burn. Wie du sehen kannst, gibt es in jeder Transaktion, die passiert, ein Burn. Burn 133. Burn 166. Siehst du das, Steve? Ja, perfekt. Ich habe es auch direkt verstanden. Ich werde das der Community nochmal erklären. Mega Nummer. Und jetzt gibt es noch was und zwar das Halving. Da würde ich gerne, dass du noch zum Abschluss noch was zum Halving sagst. Und dann lasse ich dich auch wieder los. His last question is because of the halving, about the halving. Can you just explain once the halving and then he's done? Every, when you buy a Staking Hub NFT, it's gonna pay you five years. Wenn du ein Staking Hub NFT kaufst, wird es dich fünf Jahre quasi rewarden. First year, 6% per month related with the amount of coins you have if you make compound. Das erste Jahr bekommst du sechs Jahre anhand der Coins, die du am Anfang hast. Second year, 0.3. Third year, 0.1.5. And so on. Half, half, half for five years. Das erste Jahr sind sechs Prozent. Das zweite Jahr sind drei Prozent. Das dritte Jahr sind 1,5. Das bedeutet, jedes Jahr werden die Rewards halbiert. Und auch fünf Prozent vom Lotto-Day, die Gaming-Plattform, is gonna take that money from the five percent of the entire income, is gonna take that money, buy ULX-Coin from the exchange and burn them. Fünf Prozent von den Gesamt-Umsätzen, die Lotto-Day, die Lotto-Day macht, werden fünf Prozent davon genommen. Mit diesem Geld wird in einem Exchange Poken gekauft, ULX-Coins gekauft und geburned. That is huge deflectionary. Das ist auch eine sehr, sehr große Deflation. Plus, many projects, exchanges, people will keep the coin, trading, hedge funds. Zusätzlich gibt es natürlich verschiedene Exchanges. Die Leute werden traden, jede Transaktion hat auch nochmal einen eigenen Burn. Die Leute werden die Coins behalten. I believe to be all the coins in the market. I didn't hear you, can you say it again? Be all the coins in the market. Alle coins im Markt. Can take 20 years. Kann mehr als 20 Jahre dauern. Because if you buy today a Staking Hub NFT, you receive, let's say for 1.000 Dollar, you receive 7.000 Coins or 70.000 Coins. Zum Beispiel, wenn du heute für 1.000 kaufst, bekommst du 7.500 Coins. Oder 75.000. When the price is 1 Dollar, for 1.000 Dollar, you receive 1.000 Coins. Aber wenn der Preis 1 Dollar ist, bekommst du, say it again? 1.000, 1 Dollar, 1.000 Coins. Yes. Wenn der Preis bei 1 Dollar ist, bekommst du nur noch 7.000 Coins. Und das gesamte Supply quasi zu beenden, also zu leer zu kaufen, kann mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauern. Weil 55% vom Gesamtsupply ist quasi gelockt nur für die NFTs. Okay. Okay, Steven. Sehr gut, vielen Dank und somit entlasse ich euch beide heute und vielen Dank für das nette Gespräch, war sehr interessant, danke. Bis zum nächsten Mal, wir bleiben dran. Es gibt noch spannende Themen wie Lotto Day, will ich nochmal irgendwann separat drauf kommen und Flip Me, da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Rein nur mal, um auf das Thema nochmal zurückzukommen dann, ja? Ja, das war jetzt Christi Kritik. Christi hat uns jetzt einiges erklärt, sind natürlich super viele Informationen. Wir werden in diese Themen einzeln mal eintauchen, weil mich interessiert es, wie ist die Entwicklung und wie geht alles weiter. Und wir werden selbstverständlich in den kommenden Wochen nochmal darüber berichten. Wenn du Anregungen, Fragen oder was auch immer zu diesem Thema Mavi und vor allem Ultron Blockchain hast, lass es einfach unten in den Kommentaren und über ein Abo und Daumen hoch oder auch Daumen runter, je nachdem wie es dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Feedback ist wichtig und wir sind gespannt auf alles, was kommt. Und wenn du Interesse hast, in die Telegram-Gruppe von Mavi einzusteigen, unten in der Videobeschreibung sind alle wichtigen und relevanten Links. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Beginning, beginning to 2024. Are you willing to take full advantage of this opportunity and change your future? Look in the mirror and say, hey, you know what? I want to be better than I was yesterday. And as long as you do that, watch the door of abundance, that portal is going to open up for your business and you're going to see the results that you've always been looking for. With the products that are launched through Mavi Global, you will help, every single one of us will help with the massive adoption of this industry. And I believe that the chair that you're sitting in is the most important chair that I've ever seen in my career of over 30 years. People work their ass up to make it happen. For us, be patient because Rome wasn't Bill of the day. And thank you very much, bro, for showing me the technology direction. But you decide now, in front of me and in front of everybody, who you are going to be. Step up, step up, rise! I want all of Hungary and Budapest to hear us and feel us and know that we are going to operate our business outstanding. The only thing you need to make is the decision. The only thing you need to make is the decision. Is that for the taking? Is that for the taking?